Du bist wie alte Frauen. Lass uns weitergehen. Vielleicht mal kurz die Karte aufgemacht. Stimmt, wir sind da einmal umgegangen, oder? Ja. Wir kommen hier durch. Ich denke nicht. Oh. So, zonieren wir uns mal ein bisschen. Mal gucken, was der hier kann. Das ist der Questor. Okay. Oh, der sieht aus, als ob er sterben möchte. Na ja. Ganz anderem Fall. Und der, Herr, blockt der die... Nein. Gut, das ist nicht der, der die Angriffszauber blockt. Nein, der eine ist der, der sich unsichtbar macht, wenn er kurz vorm Sterben ist. Ja. Ja, wir töten jetzt mit den Heiler. Ja, das ist immer das Glückste. Es sei denn, es ist nicht das Glückste. Aber in der Regel ist das ja eine ganz gute Taktik. Vor allem Heiliger läuft durch das Spiel. Vor allem Heiliger läuft durchs Spiel. Ja. Ähm, Nella vielleicht ran. Dass wenn er irgendwas castet... ...unterbrochen werden kann. Ja. Na jetzt lassen wir den Zauber noch auslaufen. War gar nicht nötig. Seitdem er kommt wieder. Ist ja alles schon vorgekommen. Diesen Horror, den würde ich erstmal ignorieren. Ja. Tatsächlich noch mal heilen. Beides dürfen. Einer von beiden kommt auf Zebens Lieben nach dem Tod. Einer von beiden? Ja, der mit dir meine ich. Oder habe ich mich da jetzt gerührt? Ich glaube schon. Nein, das ist es. Ach so, der das castet. Was macht der nun mal? Oh, das macht er gerade. Ist die Frage, können wir das unterbrechen noch? Damit nicht. Da haben wir es gerade unterbrochen. Der liegt doch. Ich weiß nicht. Der war ja fastet gerade. Ja, da kommt dann wieder. Den anderen könnten wir unterbrechen. Das war nicht. Nein, da kommt es zu. Auch wenn man einen Block. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. wir müssen wohl noch mal heilen am besten die explodieren wenn sie sterben jetzt heilen da haben wir auch noch was vergessen ich habe es vergessen ich hätte ich daran erinnert speichern gut verteilen geht es hier da sieht es aus als ob da was auf uns wartet speichern ich mag nicht den look von diesen statuen alles ist nicht wie es sieht sie sehen und riechen so Okay, das heißt wir müssen hinlaufen. Da müssen wir weglaufen. Okay, das heißt er wird auch immer stärker. Ja, müssen wir uns mal anschauen, wie es denn so aussieht ihm das an. Der Zelluft dahinter. Wir müssen achten, wenn er zaubert, dass wir dann gucken, was er zaubert. Ja. Das ist wahrscheinlich, wo wir reinlaufen müssen, weil es grün ist. Oh, vielleicht mit dem nächsten. Ja. Das lief ja schon mal. Er ist schon so gut wie gewonnen. Ja. Okay. Oh, können wir es runterholen? Ist das eine Reduzierung? Nee, das muss ja eigentlich... Nee, das ist ja nicht schlecht für ihn. Beziehungsweise nicht direkt, das ist gut für uns. Also wir können hier was... Das hier meine ich, dass wir damit seinen Cumulativen... Ja. Seinen, äh, hier seinen Buff... Seinen Cumulativen. Ja. So, sie muss jetzt weglaufen. Und was kannst du da? Da, dieses. Ah, okay. Und wenn du, ja, sollte auch nachher ran. Ich muss sie da jetzt mal kurz heilen. Heilt sie schon. So, dann machen wir das und heilen ihn. So weit, so gut. So weit, so gut. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. So weit, 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 so weit Achso, alle umhauen. Ich dachte, das wäre ein bisschen der Tod für alle. Nicht so oft. Das finde ich gemein. Wir wollten hier mal ausprobieren, ob wir was runter wollen können. Nichts runter, Gold, oder? Ich konnte jetzt leider nicht gucken, wie viel er vorher drauf hatte. Oh, er ist tot. Na sie. Heal this... ...Friend. Nein, die Skam. Hm. Ach, das darf nicht mehr werden. You would die, without me. Ah, zum Glück er. Trifft das ihn? Hm, ich glaube nicht. So, jetzt aber. Heilen wir die beiden hier mal besser. Können wir die mal auch noch dahin laufen? Gehen geht das bestimmt. Er macht keinen Schaden nach vorne, ne? Er macht zumindest keinen Schaden in so einer... In der Fläche, halt. Ja, genau. Ja, war doch... So, und jetzt. Aller Schaden. Alles rausrotzen, das wir haben. Äh, Bow auch hier mal schön stampfen. Macht auch schon. Sehr gut. Oh nein. So, da sollte er eigentlich nicht sein. Ja. Sehr schön. Das... Ja, also bei so Sachen, wo man sich bewegen muss, sind wir echt gut. Auf jeden Fall. Das hat mich echt dann so ein bisschen MMO-Style war das. Ja, das kriegt sie doch. Ja, das ist wirklich sehr viel besser. Was hat er da? Okay. So viel Schaden bekommt sie nicht. Ah, da ist kein Mana-Rack drauf. Ja. Deswegen will ich sie ja nicht geben. Und was sind die epischen Ohrringe? Die hier. Sind schlechter. Mann, halt 6% Magic-Damage, aber der Mana-Rack geht drunter. Ja, aber... Wie viel? Okay, nicht viel. 0,1 pro Sekunde. Und ich glaube, dass... Ja, das lohnt sich. Also hier war ein neues, episches. Plus 10% Mana-Regeneration. Und Healing Darm. Na, ist doof, weil wenn du keinen Mana-Rack hast, ne? Ja. Aber ihr bringt es auch nichts, wenn man hier auf die Stats guckt. Alles Wichtige geht runter. Ist vielleicht hier für Lechloros ganz gut. Ja. Wobei Healing dann ihm nichts nimmt. Ja, aber... Wir heben es auf jeden Fall mal auf. An der Welt gab es keins. Doch. Ja dann. Wo? Wo? Und das werden wir in der nächsten Folge vergeben. Den 1 Skillpunkt. Und die Truhen werden wir auch aufmachen. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.